Hallo und Herzlich Willkommen zur fünften Folge einer hier auf den KNN-Arm-Kanal. In der letzten Folge habe ich ja hier ein paar neue Sachen entdeckt. Zum Beispiel, dass es hier eine Falltürboden gibt, die ich vorher komischerweise nicht bemerkt habe. Und dass wir irgendwie noch diesen Ofen reparieren können. Deshalb werde ich mich heute noch mal zugucken, ob ich etwas übersehen habe. Oder ob ich hier noch mit irgendwas interagieren kann. Mit diesem Zettel kann ich irgendwie nichts machen. Kann ich das auch so? Nein. Ich hiermit? Nein. Damit? Naja, also ich glaube, hier kann ich nichts machen. Denn das ist ja auch ein Hans-Symbol und ein Zahnrad-Symbol. Hier, die Vase, kann ich gerne gucken. Schön. Kann ich nicht mit der Axt drauf starten? Nein. Ich will wieder in dieses Warenhaus rein. Oder Staukeller oder was auch immer das ist. Vielleicht. Ja, ist Quarture-Resistent. Ja, dann nimm doch die Axt und schlagen einfach diese Tür auf. Das wird doch auch gehen. Da ist eine Holztür. Los, schlag's auf. Ah. Ne, das funktioniert natürlich nicht. Okay, ist auch nicht da. Ohhhh. Ist okay. Da kann ich auch nichts anfangen. Da ist noch eine Lampe. Da ist noch eine Lampe. Da haben wir noch die Säge. Dann haben wir hier die Holzbretter. Ist die Klinik vielleicht nicht heiß genug? Muss ich vielleicht. Okay. Da ist es jetzt so einfach oder was? Das ist noch nicht. Bestimmt finde ich da drüben in den Raum rührt, dass es mehr nützlich ist. Cool. Two-Tool-Dagger. Muss ich dich um die Axt machen? Okay. Mein Chat funktioniert jetzt erst. Cool. Ich will das auch nicht durchstellen, wo sich hier steht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich da das Weinen hinter mir würde. Ist das gar nicht die richtige Stelle? Wahrscheinlich muss ich jetzt die richtige Stelle hinter den Arm schneiden. Ich glaube, wir haben hier auch keinen Arm. Ah, okay. Das ist schon wieder abgekühlt. Okay. Ähm. Hier. Hier. Nein, auch nicht. Vielleicht hier. Ah. Ah. Was ist hier los? Nein. 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 Ich sehe nichts. Nein. Ich kann nicht montieren. Okay, was ist das hier? Ich will das so angucken. Okay, wir haben uns hier auch Notizen noch, da ist uns, oh, my eyes are hot, I'm scared. Ja, ja, haut um persönlich, aber ich finde, ich kann in die Hand reingucken. Ich dachte, die Folge würde langweicht werden, denn ich hätte nicht erwartet, dass ich etwas Neues finde, aber ich glaube, das ist so ziemlich das Wichtigste, das man hier an dieser Stelle machen kann. Also, nein, ich bin hier raus, aber ich kann nicht, weil ich dieses Wichtigste machen muss. Okay. Ah! 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 Hi. Hallo? Oh so, Hello! ja ich fühl mich auch komisch Hilfe da kommt doch bestimmt gleich wieder was Anna ist es okay wenn ich reinkomme was sehe ich da drin soll ich helfen oder soll ich lieber draußen bleiben oh zu wirklich die Tür nicht auf was macht mich so happy die Tür nicht auf ja dankeschön danke danke ihrer Haller aller Wand ihr 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 Menschen kann ich das machen gut gut okay da will ich jetzt auf keinen Fall rein da haben wir schon letztes mal sowas gut verliebt ich will hier eigentlich nirgendwo sein ich sehe sie da wieso ist meine Lampe eigentlich rot muss ich mich auf die Säge legen dann ist mein Leiden vorbei oder soll ich dich auf die Säge legen war bestimmt auch Spaß ich gehe jetzt in den Workshop ich bin tot was was nein ich wusste das ist eine blöde ich wusste es hier kommt doch bestimmt gleich wieder was ich fühle diese Spiele verscheuze gruselig ein Auge iiii iiii oh nein nicht schon wieder nicht schon wieder einer von denen aber was mir jetzt später aufgefallen ist im vorherigen Video waren zwei Mannekinds die die Bank angebietet haben die habe ich vorher gar nicht gesehen hallo gehts dir gut wirkst du auch gemütlich hallo kein Trash hier irgendwo was soll ich machen nein nein wieso habe ich jetzt auch diese Augen in der Inventalleiste was soll das warum bewegen sich die Schuhe ich 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 ja was dieses erdbebenartige geräusch die ganze zeit macht mich auch sehr muss ich hier drin bleibt muss irgendwas passiert oder kann ich da rausgehen ich glaube ich gehe wieder aus ich hoffe mal dass nichts passiert papier reparieren mit die lose lager voll definitiv nicht da ist wieder so ein gruseliges Polinter nein ich muss das machen ich bin nämlich ganz blutig und hab keine Angst vor so einer gruseligen Frau und wir waren da nicht immer oder und dann ist das komische Symbol und ich bin voll voll, voll, voll gut in diesem Spiel ja Volker lässt uns jetzt auch nicht mehr versteckt sich hier jemand in der Wand? nein nein oh oh ah oh 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 痰 hüûr hüî Cred hü Şimdi hüûrd hüûrd hüü есть hüç hüî habe ich mir hier nicht eben auch in den arm geschnitten oder war es da drüben das war hier ich muss jetzt mal vor der tür in den abend okay ich komme jetzt rein ich wüsste wie ich reingehe okay ich weiß immer noch nicht mehr reinkommen soll ein schönes bild und dann noch ein bild und dann da sind augen ich muss jetzt da reingematen ich will hier irgendwas machen so dass es hier in die wand reingeht der brenner oberköpfe kommt auch nicht mehr ich möchte das jetzt auf ist hätte sagen können das jetzt so angst hat und dann sich ansteigen zu das ist auch so komische einkerbe kommt hier auch gemälde ok den objekten der frosch und der waren auch nichts mehr neues machen das heißt ich muss noch etwas mit den sachen machen die ich gerade noch haben also ich möchte jetzt aber vielleicht muss ich das ja ich muss sich dass ich jemand von diesen kursen der mensch auf das nirg des abgeblichsten vielleicht hier hier drin oder doch nicht da drin okay ich glaube das war es auch gleich der folge ich gehe nur noch mal hier rein ich hoffe dass da nichts ist ich habe bestimmt gleich noch was okay monikin ich muss meine kinder mit anschneiden aber anscheinend scheint dass hier der richtige platz zu sein oder da scheint ja wenn ich es nicht muss du es nicht anstatt das andere das ist der falsche baut werden und jetzt vielleicht über diese kärze machen ich würde mich das irgendwie in diesen raum machen ich gehe vor diesem auge dann versteht es hier überall und das einfach nur weil ich hier im falschen raum bin das ist der falsche ort hier ist einfach ich muss es nicht machen also ich würde sagen das was auch mit dieser folge an war jetzt spannender als ich gedacht hätte ich hätte nämlich gedacht ich schaffe davon gar nichts ich weiß sehr optimistische einstellung aber ich würde mal sagen wir sehen uns im nächsten video bis dann